Urdhva Prasarita Ekapadasana ist eine Bezeichnung für den stehenden Spagat. Ausgangsposition ist die Stehhaltung. Von hier senke beide Hände auf den Boden und hebe das andere Bein so hoch wie du kannst. Gib Bauch, Brust und Kopf zum Bein hin und hebe das hintere Bein so hoch wie du kannst. Diese Stellung fördert in hohem Maße die Flexibilität des Beines, ist auch eine Stellung, die hohe Anforderungen an das Gleichgewicht stellt. Du könntest übrigens die Stellung noch herausfordernder machen, indem du mit den Händen an das Fußgelenk fasst. Urdhva heißt erhoben, Prasarita heißt gespreizt, die Beine sind eben auseinander. Und Ekapadasana ist auch eine Bezeichnung für die stehende Vorwärtsbeuge. Und Ekapadasana, du stehst eben auf einem Fuß, hast die Beine auseinander und Urdhva erhoben. Das ist der stehende Spagat. Eine Übung, die wir bei Yoga Vidya auch machen würden. Aus Padahastasana, aus der stehenden Vorwärtsbeuge. Einfach ein Bein nach hinten heben. Aus Padahastana, aus der stehenden Vorwärtsbeuge.